Was ist eine ergonomische Armlehne? Eine ergonomische Armlehne ist Teil eines voll funktionsfähigen ergonomischen Schreibtisch- oder Bürostuhls. Der ergonomische Stuhl ist eine von mehreren wichtigen Überlegungen für jemanden, der einen vollständigen Kauf- oder ein Obgrade von ergonomischen Büromöbeln plant. Immer mehr Büros bemühen sich darum, ergonomische Möbel für die zukünftige Produktivität der Mitarbeiter zu kaufen und dabei die Gesundheits- und Sicherheitsstandards innerhalb eines Unternehmens oder einer Firma zu berücksichtigen. Die allgemeine Studie zur Ergonomie ist die Untersuchung der Beziehung des menschlichen Körpers zu Möbeln oder anderen an organischen Objekten, einschließlich verschiedener Arten von Arbeitsgeräten oder Geräten. Die Art der Ergonomie, zu der das ergonomische Design der Armlehne gehört, hat sich wirklich durchgesetzt, als PCs viele Aufgaben sesshaft und speziell arbeitsplatzintensiv erledigten. So viele der heutigen Arbeitnehmer verbringen den größten Teil ihres Tages am Computer, dass eine weltweite Bewegung für Büröergonomie entstand, um sicherzustellen, dass diese vielen Millionen Arbeitnehmer angemessen geschützt sind, ähnlich wie ältere Regulierungskampagnen die Arbeiter schützen. Die ergonomische Armlehne kann so gestaltet sein, dass der Arm auf die Oberfläche des Stuhls drückt. Ergonomie-Experten können den Ellbogen oder die Handgelenke bei der Gestaltung einer ergonomischen Armlehne und von Stuhlteilen sowie die Auswirkungen auf die Verwendung einer Computermaus berücksichtigen. Ein weiteres Schlüsselelement einer ergonomischen Armlehne ist, dass sie an Personen mit unterschiedlichen Körpergrößen angepasst werden kann. Neben dem ergonomischen Stuhl bieten Ergonomie-Profis Handgelenkpolster, gut platzierte Bildschirme und Computerperipheriegeräte einen ergonomisch korrekten Arbeitsplatz. Einige Führungskräfte denken zwar nicht an eine ergonomische Armlehne als vorrangige Überlegung beim Kauf von Büromöbeln, aber in vielen großen und kleinen Unternehmen überzeugen Berater und andere die Verantwortlichen für die Einrichtung und Ausstattung von Geräten, dass Ergonomie wirklich einen Unterschied macht. Unternehmen prüfen, ob die Bereitstellung dieser besser konzipierten Produkte dazu beiträgt, die Schadensersatzansprüche der Arbeitnehmer zu senken, die Arbeitsmoral zu verbessern und weitere Investitionen in ein vollständig modernes Unternehmen zu tätigen. Dies hat zur allgemeinen Marktfähigkeit des ergonomischen Stuhl- und Tischcomputers geführt. Einige spezielle Arten von ergonomischen Stühlen finden auf dem allgemeinen Möbelmarkt viel Aufmerksamkeit. Elemente dieser Designs sind Netzoberflächen mit Elastizität, Holzunterstützung für den unteren Rücken und ergonomische Armlehnen. Ein Blick auf diese Optionen in einem Katalog und eine offene Diskussion über Ergonomikenkäufern oder anderen helfen, die endgültige Entscheidung darüber zu treffen, was ein Büro oder ein Arbeitsbereich benötigt.